Hallo liebe Astro-Rebellen, in diesem Video werden wir uns die jetzige astrologische Zeitqualität anschauen. Wir haben bis morgen um 6.42 Uhr, also morgen, den 19. Oktober, den Mond zunehmend im Zeichen des Skorpions. Und die Grundstimmung, was wir gerade haben, ist kraftvoll, dunkel, schwermütig und intensiv, so wie das beim Sternzeichen Skorpion üblich ist. Also man fühlt eine gewisse Spannung in der Luft, denn Skorpion ist leidenschaftlich, zwanghaft, eifersüchtig, tiefgründig, konzentriert und auch mysteriös. Skorpion hat mit Tabus zu tun, also alles, was verborgen ist. Schattenthemen sind auch Dinge, die zu diesen Zeichen gehören. Geheimnisse, das Thema Datenschutz, Geschäfte im allgemeinen Sinne. Umwandlung, Transformation, das alles betrifft das Sternzeichen Skorpion. Und den Mond sehen wir hier, wir sehen den Mond gerade im 18 Grad Skorpion. Morgen, wie gesagt, um 6.42 Uhr ist er nicht mehr in diesem Zeichen und danach haben wir das nächste Sternzeichen des Mondes. Das wäre dann Schütze. Im Vergleich zu Skorpion ist Schütze offen. Ja, es ist ein Zeichen der Expansion des Abenteuers. Und im Vergleich zu Skorpion, hier sieht man einen Übergang von Dunkelheit ins Licht. Ja, also Schütze wird von Jupiter beherrscht, Expansion, Freude, auch ein gewisses Humor gehört zu diesem Zeichen, zu Schütze. Und das heißt, ab morgen haben wir den Mond dort, beziehungsweise haben wir eine andere Stimmung, Stimmung, die ein bisschen leichter ist, als das, was wir gerade in Skorpion haben. So, ich kehre zurück zu jetzt. Und wir sehen, dass den Mond Aspekte zu Venus bildet. Und das kann sein, dass hier, dass man auch sehr bequem zu Hause ist. Also, die Menschen, die gerade zu Hause sind oder vom Zuhause aus arbeiten. Also, man fühlt sich sehr bequem. Man kümmert sich sehr gerade um andere Menschen, um das Thema Partnerschaft. Also, das dauert einige Stunden, also das ist nicht, das sind keine langfristigen Aspekte. Aber man sieht hier eine Betonung auf tiefgründige Situationen, die man mit anderen Menschen zu regeln und zu klären hat. Und das haben wir, nur wenige Stunden haben wir diesen Sextil zwischen Mond und Venus. Hier haben wir Venus, hier haben wir Venus, im Zeichen der Kritik, das ist Jungfrau. Aber ich möchte auch von den langfristigen Aspekten, beziehungsweise Winkelbeziehungen zwischen den Planeten sprechen. Und wir haben Mars immer noch im Sternzeichen wieder. Rückläufig. Wenn ein Planet rückläufig ist, vor allem ein Planet wie Mars. Und wenn dieser Planet einen Aspekt zu Saturn bildet, Saturn ist Hemmung, dann ist dieser Planet eingeschränkt in seinem Ausdruck. Also, das heißt, die Marskräfte können sie nicht gerade so entfalten, dass man sich das merkt. Also, es geht vieles unterschwellig. Viele Aktivitäten kann man nicht mit den bloßen Augen erkennen. Geheimnisse gehören dazu. Also, man macht auch gerne irgendwelche Pläne. Aber diese Pläne dürften dann nächstes Jahr so umgesetzt werden, dass man sich das merkt. Aber momentan haben wir Mars im Quadrat zu diesen drei Planeten in Steinbock, welche sehr schwierig sind. Also, hier haben wir eine sehr schwierige, schwerwiegende Energie, die uns in diesem Jahr 2020 die ganze Zeit begleitet. Steinbock betrifft Situationen, die nicht einfach sind. Weil der Herrscher von Steinbock, Saturn, den haben wir hier mit Pluto und mit Jupiter. Er hat mit Situationen zu tun, wo man es wirklich nicht einfach hat. Wo man mehr arbeiten muss. Das Thema Einschränkung, das Thema Depression und Situationen, wo man einfach die Hoffnung verloren hat. Das betrifft die Konstellation, die wir gerade haben im Steinbock. Aber das wird sich dann nächstes Jahr, ab Januar, auslösen. Ja, weil wir haben hier, Saturn geht schon am 17. Dezember in der Sternzeichen Wassermann. Da werden wir schon energetisch gesehen ein großes Wechsel beobachten. Und dieses energetische Wechsel dürfte sich auch als Ereignis, als Situationen weltweit äußern. Das muss so sein. Aber wenn man eine Abwechslung haben möchte, das wird man schon nächstes Jahr möglicherweise im eigenen Leben und auch gesellschaftlich gesehen beobachten und auch erleben natürlich. Denn wir haben viele Planeten schon am Anfang nächstes Jahr im Sternzeichen der Neuigkeit. Das ist Wassermann. Das hier, das Blaue. So, das ist einfach so langfristig, so sieht das aus. Ich werde natürlich, wenn ihr das wollt, eine Übersicht für 2021 machen. Also bitte schreibt bei den Kommentaren, welche Fragen hat ihr in Bezug auf die kommenden Einflüsse, die wir nächstes Jahr haben. Ich möchte von denjenigen das hören, die ein bisschen Kenntnis haben im Bereich der Astrologie und auch von denjenigen, die null Ahnung davon haben. Also ich möchte einfach von euch hören, welche Frage habt ihr zu welchen Themen für das Jahr 2021. So, wir sind jetzt gerade hier im Oktober. Wir haben hier Venus in Opposition zu Neptun. Und das heißt, hier können auch Lügen in Partnerschaften geben. Also diese Lügen, ja, es kann auch sein, dass man sich irgendwelche Sachen ausmalt, die nicht im Einklang mit den Fakten, mit der Realität sind. Also man könnte hier sagen, man verarscht sich selbst. Ja, also das muss man auch so auf Deutsch sagen. Also wir haben hier der Lügenplanet Neptun mit dem Planeten der Beziehung. im Opposition. Das heißt, man muss sich hier entscheiden zwischen nur das Schöne sehen wollen an einer Person oder die Wahrheit zu erkennen, dass nicht alles perfekt ist, dass es bestimmt irgendwelche Lügen geben können. Und wir sehen hier die Mondknoten auch im Aspekt bzw. im Mittelpunkt zwischen Venus in Jungfrau und Neptun in Fische. Also es gibt viel Romantik und viele Gefühle, aber man darf sich hier nicht täuschen. So, von dieser Konstellation habe ich in diesem Jahr genug gesprochen. Also diese drei Planeten in Steinbock. Ich freue mich, wenn das nächstes Jahr alles vorbei ist mit diesem großen Stein hier, was man trägt. Also es kommt eine gewisse Entlastung. Mit Entlastung will ich nicht sagen, dass chaotische Situationen nächstes Jahr entstehen können, aber zumindest wird man eine Veränderung nächstes Jahr sehen. Wir haben momentan Merkur rückläufig, Leute. Also in Skorpion. Ich habe schon gesagt, was Skorpion ist. Das heißt, hier hat man mit Inhalten zu tun, die eine tiefgründige Analyse, tiefgründige Denkvermögen, intensive Emotionen beinhalten oder verbunden sind. Also diese Inhalte vom Skorpion sind nicht einfach, denn sie haben eine starke emotionelle Ladung. Und momentan muss man sich überlegen, was ist die Wahrheit, wenn es eine Wahrheit geben soll, damit man Ende November eine Entscheidung trifft. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Traumata aus der Vergangenheit wieder auftaucht und man plötzlich jetzt, sage ich mal, sich entscheiden muss für den inneren Frieden. Es ist wichtig, dass man etwas loslässt, dass man freier ist emotional von emotionalen Wunden, den emotionalen Anhänglichkeiten aus der Vergangenheit. Und das dürfte passieren, ja, in dieser Zeit, in der wir sind, mit Merkur rückläufig im Skorpion. So, Merkur bildet eine Opposition zu Uranus hier in Stia. Das heißt, geistig gesehen haben viele Menschen eine gewisse Instabilität in ihrem Denken. Ja, also sprunghaftes Denken kann vorkommen und das ist eine Herausforderung. Das kann wieder sprüchlich sein, dass man auf der einen Seite seine Sicherheit haben möchte, auf der anderen Seite möchte man mehr Abwechslung haben. Also, da gibt es die Frage, ja, inwieweit kann ich mir bestimmte Freiheiten nehmen? Inwieweit oder inwiefern kann ich mich selbst einschränken? Oder soll ich mich einschränken? Das Thema Freiheit und Einschränkung der eigenen Freiheiten kommt gerade sehr stark rüber und man hat bestimmt genug von bestimmten Situationen. Dennoch, mit Merkur rückläufig gibt es eine gewisse Angst, ja, etwas zu sagen, ne, und das werden wir erst ab Ende November beobachten. Also, ab Ende November haben wir Merkur direkt, auch in Opposition zur Freiheitsplaneten Uranus. Und das heißt, das, was man verbringt hat bis jetzt, das dürfte dann Ende November rauskommen. Also, das heißt, man traut sich zu, seine Meinung direkt zu äußern, auch wenn man Ablehnung von anderem oder von der Gesellschaft bekommt. So, ich denke, ich habe sehr viel gesagt, meine liebe Astro-Rebellen, das habe ich jetzt spontan gemacht für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr eine individuelle Prognose für das kommende Jahr braucht oder für die kommenden Jahre, bin ich immer da für euch als Lebensberater. Meine Webseite kennt ihr schon. Ich freue mich, wenn ihr sich bei mir melden würdet. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Astro-Rebellen und bis zum nächsten Video.